Heyho! Vielen Dank für den Stream eben gerade. Wir waren ja doch recht produktiv. Den nächsten Stream möchte ich gleich ankündigen. Das ist allerdings erst am 6.12. Das sollte Mittwoch sein. Und da würde ich dann ganz gerne in Shroud of the Avatar zusammen die Community-Aktion machen. Das heißt, wir würden in Instanz gehen und da dann mit fünf, sechs Leuten ist das glaube ich, nach und nach immer schwere Räume angehen. Was aber klappen dürfte, weil alleine bin ich schon zu drei Viertel durch. Und danach suchen wir noch andere Ziele. Sehen wir hier Trolle oder ein Phönix vielleicht sogar mal testen und da sterben. Reaper könnte auch noch drin sein, sowas in der Richtung. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach im Discord melden. Da kann ich das schön nachträglich angucken. Ihr solltet allerdings so Adventure Level schon 35 rum sein. Idealerweise 40. Also einfach anmelden und dann schaffen wir das schon zusammen. Also nächster Stream, Mittwoch, 6.12. um sagen wir mal 18 Uhr. Alles klar, bye bye.